Ehrlich Brothers, it's magic. Bruder, ich habe hier eine Tüte aus dem Abstellraum. Untersuch mal. Fass mal rein. Alles in Ordnung. Alles normal. Und dann habe ich noch was Geiles. Ein Magic Tuch. So. Gut aufgepasst? Geil. Dieses völlig unpräparierte Tuch. Dann kann man hier mal reinschauen. Ja. Untersuch mal das Tuch. Ein Tuch. Ein absolut normales Tuch. Ich werde dieses Tuch in die Tüte hineinstopfen. Okay. Gut achtgeben, was nun passiert. Voll geil. Was hast du vor? Los geht's. Ey. Das war die Konfettibombe. Toll. Wo ist das Tuch? Du darfst fegen. Ich muss wieder sauber machen. Was ist das Tuch? Das war die Konfettibombe. Was ist das Tuch? Was ist das Tuch? Ich kann das aus. Ja.